Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei TTT, ähm Chris, Dadosh, Dalu, Peter, Seppu, SexyJ und Bram heißen euch, herzlich willkommen, ähm, in einer weiteren tollen Runde, ähm, was ist das denn, das nehmen wir mal, weißt du nicht, was das macht, das macht so ne Frost, ey Jay, das wurde auch verändert, das ist eine richtig gute, was macht nochmal Float, ähm, buchst du dich nach oben und schwebt da, ich bin die Tiere, ich bin die Tiere, ich bin die Tiere, Alter, da ist einer weggeflogen, Alter, der Peter, der kann fliegen, voll gerne Waffe, eine coole, ey, ey, was war jetzt der Swift nochmal da, Lu, oh, nimm ihn, nee, ich kann nicht fliegen, Peter, ich kann nur krass springen, du kannst jetzt, wenn du Fallschaden kriegen solltest, rollst du dich ab, automatisch, du musst nix machen, einfach irgendwo runterspringen, ey, du kannst an der Wand, ähm, ein Diegelschuss, von Jay oder auf Jay, Peter, schieß, auf jeden Fall ist Jay, oder wird aber geschossen, du hast Schaden bekommen, ja, ich bin hingefallen, So, da wurde einer weggemacht, ich glaube, Peter ist nicht so gut, da werden ganz schön viele weggemacht, ja, das Gefühl, hier sind ziemlich viele Unidentified Bodies unter uns, da, und da wird einer gehalten, oder das war ich, okay, 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 ich glaube, Peter ist nicht ganz koscher, Nein, ich bin nicht unsterblich, ne, ich wollt grad sagen, ich seh dich aber ganz schön, Peter ist wieder da, scheiße! Peter ist wieder weg, what the fuck? Nein! Okay, ich weiß nicht, was du warst. Ich mach das jetzt einfach mal so auf gut Glück. Nein! Jawohl, ich darf doch gewinnen, während Sepp stirbt. Boah, ich hab gar nicht gewusst, dass ich da runtergefallen bin. Ich war so schön am Kaufen. Fehler nicht schlecht, ein Abbadern nach oben fliegen war knapp. Ja, die unsichtbare Wand hat mich halt gekillt. Das war ärgerlich. Unsichtbare Wand, Scheißspiel. Du kannst, wenn du einfach an der Wand stehst, kannst du Leertaste dreimal drücken und springst damit hoch. Du musst auch nicht holster sein. Und wenn du X drückst, bleibst du einfach da, wo du bist, an der Wand kleben. Peter war stark, das muss ich zugeben. Einmal X drücken oder musst du X gedrückt halten? Ne, einmal X drücken, dann hängt es. Ja gut, okay, aber du hast halt richtig viele mitgenommen. Du kannst ja nicht alles alleine machen. In der Dienstrunde hat das nicht funktioniert. In der letzten Runde hatte ich es kurz geklärt. Was ist Chaos? Steuerung. Guter Song von Creator. Wer ist Creator? Was ist denn Patronus? Patronus gibt dir den Schutz sauber, aber schützt dich nicht vor Vollschaden. Ja, Seb hat es getestet aus Versehen. Holy shit. Was hast du gemacht, Alu? Du hast es getestet beim Wunderfallen letztes Mal. Also nicht absichtlich, glaube ich. Oder? Äh, jein. Alter. Okay. Hier passiert irgendwas. Oh, das ist auch normal. Ich bin in der Pfade gelaufen. Oh, das war knapp. Nein. Ach, du bist echt reingelaufen? Nein, du bist wirklich reingelaufen. Ich bin nämlich knapp reingelaufen. Die ist für mich auf der anderen Seite in der Tür gewesen. Ja, ich wollte auch durch die Tür gehen und hab den Sound gehört und ich dachte, es hat mich getroffen. Das hat Peter erwischt. Das ist aber nur noch ein T-Item. Das ist nur noch ein T-Item. Ne, meiner steht noch. Wo war deiner, dein Bram? Im Haus. Das muss Sepp gewesen sein. Ziemlich sicher, weil... Ja, von oben! Oh Gott. Hilfe! Oh Gott. Okay, das ging auf Jay und mich. Das muss Sepp... Ey, au au au! Ja, Sepp ist es. Sepp und Bram. Dadurch. Ne, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich sterbe jetzt. Jay is it! Jay is it! Jay is it! Dalu, du Sack! Hast du gerade den Danusch vor mir gekillt. Das ist aber auch frech. Macht man nicht. Äh, was passiert hier gerade? Dalu ist böse. Der hat gerade Dingens gekillt. Peter! Peter? Ach, Peter ist ein Zombie. Oh Gott. Ey, 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 ey! Der hat Peter zum Zombie gemacht. Oh Gott. Peter, killt mich. Ne, ich kill Peter. Nein! Oh! Wer ist denn hier der, der, der Zombie-Macher? Nice. Oh, was hast du mich denn gekillt? Ich hab die Klasse voll vergessen, dass es die gibt. Ich auch, die ist so selten, Alter. Also, das hast du mir einen Deal-Header gegeben. Da hab ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Welche Klasse? Achso, den Neko. Alter. Ja, ich dachte erst was. Ja, ich dachte erst was. Du hast mir richtig da den Bock geschaut. Ja, sorry, ey. Ich wollte auch wieder erst mal wieder mich zu holen und ich schieß einfach wie so'n Bekloppter, ey. Puh. Da nun wieder mit seinem. Oh nein, du bist da reingelaufen! Oh Gott! Nein, nein, nein. Das war nicht meine Bärenfalle. Das war meine. Ich bin wirklich im selben Moment in, äh, hab ich die Tür aufgemacht. Ich wär von der anderen Seite... Äh, eben. Draußen sind zwei Leute rumgerannt oder mehr und ich dachte mir so, ja geil, die kommen bestimmt in den Haupteinkang rein. Falle gelegt, Peter kommt von innen. Was macht denn der Predator? Du kannst einen markieren, muss aber... Oh, was ist das denn? Das Dazzle. Flashbait. Ach der markiert einfach, der markiert ihn einfach. Genau, du siehst ihn aber die ganze Zeit. Du kannst wirklich einen, wenn du ihn verdächtig trackst du den. Oh Gott, what the fuck? Chaos. Äh, ich werd hier wohin gezogen. Nein, nein, Steuerung ist vertaut. Ähm. Achso. Ähm. Bram, was hattest du grad für ein Messer in der Hand? Ich hab gar kein Messer in der Hand. Und, what the fuck? Ich glaube schon. Wenn du in nem Kommen bist, Peter, ist das aber auch insane stark. Ähm. Ja, das glaub ich sofort. Ich hatte grad... Das einzige, was ich gerade in der Hand hatte, war ne Glock. Wenn du die meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Messer in der Hand hattest, aber... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du lügst. Das heißt, ne Harte Unterstellung. Nee, also ich kann ja nicht lügen. Ja, oder du hast jemand anderes gesehen. Ich hab ne Glocker und ne Schottgang. Ja, ich bin ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. Ja, es könnte sein, dass es was anderes war. Die Haltung sah aus wie so. Dadurch hat er wenn nicht gelogen, sondern sich vielleicht verkuckt. Genau. Genau. Hau ein um mir! Ja, genau. Das war ich halt am besten auch noch, wa? Der läuft gerade rechts auf den Berg hoch. Wer war denn da, Jay? Weiß ich nicht. Oh, ich hab von hinten beschlossen. Bram. Alle schießen auf... What the fuck? Wie Bram? Das war Genster. Ja. Hier oben geht auf jeden Fall die Party. Macht ihr mal. Bram. Alle schießen auf mich. Alle schießen auf mich, weißt du? What the fuck, Alter? Alle schießen auf mich. Wer ist denn jetzt noch über? Der auch über mich. Also Bram ist ein Glöser. Ja, genau. Ich bin immer noch nicht. Sepp, lass dir noch nix erzählen. Alle schießen auf mich. Guck mal, da sind zwei Unrescente confirmed. Ja, genau. Ich bin auch... Ich lauf gerade jemandem hinterher. Ja, und überlegt mal, wer der Dardosch, guck mal was der war. Ja, aber... Ja, aber... Okay, meinst du den war vorher später, oder was? Ficker Dalu. Ah, doch. Ich seh nix! So ne Scheiße! Dalu is it. Hast du ihn? Nein. Oh, er hat Deadrun, ja? Ja, ne, der hat ein Dingensdrang gehabt. Lebensding. Äh, der Little Helper. Die Flashbang hat mich gerade komplett gekillt. Das war der Plan. Der trinkt. Oh fuck! Sepp kommt von oben! Dalu ist hier oben! Warte, wo bist du hin? Warte, wo bist du hin? Wo bist du hin? Das ist schlecht. Der ist gestolpert. Bitte. Oh, da ist er wirklich! Oh Gott! Wo bist du denn da? Oh nein! Da bist du hin! Da bist du hin! Da bist du hin! Oh, ob ich dich überhaupt nicht gesehen hab, ey! Scheiße! Aber warum hattest du ein Messer in der Hand? Ja, Siggi! Deswegen, weißt du, er hat auch gesagt, du hättest gelogen und dich nicht verguckt oder so. Außerdem habt ihr alle auf mich geschossen. Außerdem habt ihr alle auf mich geschossen. Außerdem habt ihr alle auf mich geschossen. Ja gut, aber das war ja trotzdem nicht gelogen. Tram schießt auf mich! Alle schießen auf mich! Ja, du auch dann! Ich dachte, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich dachte, Dalu kommt zur Hilfe! Dann schießt der mir in den Rücken! Die Frage ist nur, wem? Ich hab mich ganz verwirrt gefühlt. Was ist der Tracker? Warlhack! Warte mal, es gab doch so'n... Uh, was macht denn der Hunter? Spricht der nach vorne und dann kriegt er den, oder was? Ne, ne, nur ohne das Fressen. Du kannst doch nach oben gucken, dann springst du richtig hoch. Der Hunter ist richtig stark. Ich muss es ausprobieren. Okay, krieg ich falsch haben? Nein, wenn du abspringst, nicht. Wenn du normal runterspringst, ja. Also wenn du deine Tasse drückst, nicht. Guck einfach da oben auf die Burg. Schaffst du locker. Warum habt ihr so viele Items, die noch Error haben? Ey, das ist doch gut. Die Eidos haben ja keinen Error bei... Aber ich bin ein laufender Error. Was wissen du? Bei mir ja auch nicht. Ach krass. Bei mir hab ich großen Error. Ich hab nichts gesehen. Alles okay. Wir können dir die Sachen vielleicht... Du musst sie vielleicht manuell machen. Du kannst dir einen markieren. Den siehst du an der Hand side. Ach so. So, ich geh einfach mal. Okay, dann komm mal her. Musst chargen. Und drauf bleiben. Oh! Geh mal da weg, bitte Christian. Ich mach grad ne. Da hat einer Void angemacht und wen er erschlossen. Ich wollte das nämlich machen für Sepp, damit der mir nicht hinterherläuft. Weißt du? Hallo bist du? Ich bin nicht der Void. Ich glaub das warst du, oder? Nee. Ich bin Nebula. Also Christian... Stimmt. Das hast du auch gesagt. Nee, nee. Ja, aber du könntest ja trotzdem einfach random zinten können. Achso, nee. Das ist doch ein Peda-Ding. Nee, nee. Vom Move her ist das ein Peda-Ding. Peter steht auch oben. Vom Move her ist das ein Peda-Ding. Der ist hier in dem Raum drin. Ja, ich stehe sogar da gegenüber. Oh! Es ist Peter! Dardosch ist Predator und hat gesagt, Peter bleibt mal kurz stehen, weil er ihn markieren wollte. Und jetzt ist Dardosch tot. Okay, aber wie ist Peda dann hier hochgekommen? Äh, gelaufen. Es ist Peda. Peda, Fall gelöst. Komm ich ran. Ich weiß nicht, wie du immer auf mich stehst. Nee, er wollte dich markieren. Nee, also ich, ich sag mal so. Ich mach, ich staub ab. Du gehst da rein, ja? Und ich staub den Überlebenden ab. Okay. Wo ist... Nein, es ist wieder! Ja, komm da raus! Peter ist es! Oh! Peter und Bram! Nee, den Überlebenden abstauben! Hab er doch gesagt. Alter, wo sind die denn? Er hat sich selbst gekippt. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich hab ihn gemirrored. Aber der kommt doch wieder. Ja, das mag sein, aber gemirrored wurde dann trotzdem. Wo sind die denn? Was macht denn die... Oben! Warum willst du denn jetzt auch noch dabei? Da ist er direkt! Oben! Was ist denn die Rotation Gun dann? Ich hab keine Mutti mehr drin! Ja, siehste... Nein! Ah... Ah... Was ist denn? Ja, siehste... Nein! Ah... 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 Ah ja... Ah ja. Der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch. Oh, ich seh nix. Kleine Leiche für Jay. In meinem Kopf macht die Rotation Gun genau das, wie sie heißt. Also sie lässt dich rotieren. Ja, aber nur minimal. Das tut sie nicht, oder? Doch, ganz, ganz wenig. Also das hilft schon. Ah, ich dachte du machst doch ne 180 Grad Drehung dann oder so. Na, du kannst mal aufhören nachzudenken. Riecht mega auf. Das war auch wieder so typisch, ey. Ich fand's gut. Ich hab's verdient. Ja, das stimmt. Nein, hast du nicht. Ich hab jetzt gar nicht gecheckt, was der Bob passiert ist. Der war Predator, was war Predator nochmal? Einen tracken. Ich wollte Peter markieren, oder tracken vielmehr. Und hab mir grad den falsch ausgesucht. Der kam nämlich slowly auf mich zu. Ist stehen geblieben. Ich hab gecharged. Er hat mich getötet. Oh. Oh leu. Was macht der Tracker? Jemanden tracken, oder? Wallhack. Ah. Mein Ziel war nochmal was? Äh, wenn du, du kannst Leichen verschwinden lassen. Wenn du einen Traitor verschwinden lässt, bekommst du ein Random Item. Uh. Darlou, bist du Traitor? Von mir kriegst du kein Item. Ist das Wallclime auf Leertaste gelegt, Darlou? Äh, was denn? Das sind aber Explosionen. Na ja, also ich hab mich grad an die Wand gehangen mit dem Swift. Ähm, und dann versucht zu springen. Oh Gott! Weil bei mir springen nicht Leertaste ist. Achso. Jetzt dürfte ich alle gemacht haben. Was macht Patronus nochmal? Springen mal ohne, äh, Patronus ist Schutzschutz vor dir. Vertreibe die Dementoren. Äh, kannst du einfach mal springen an der Wand machen? Kannst du öfter springen, wenn du an der Wand stehst? Dementoren? Äh, Moment. Einfach an der Wand rangehen und hoch springen. Naja, ich brauch erst ne Wand. Aber ich muss den Swifter erst aktivieren, oder? Ne, ne, ne. Du bist dauerhaft. Das ist mein Passiv-Ding. Achso, wer hat was auf mich geworfen? Ja, doch, kann ich. Du musst einkaufen zu holen, oder? Okay. Ne. Das war Jay. Was ist denn da los? Alter, das mit dem Aufdruck ist der Dash. Ich dachte gerade, du hast was auf mich selber behorfen, aber du warst Detective. You found the Rage up can deal more damage? Wann hat Peter den Power abgefunden? Ich glaub ich hab echt den Power abgefunden. Der ist super gut. Wieso, wieso liegt das hier irgendwo rum? Das liegt schon seit mehreren Jahren. Ja. Es gibt drei Dosen. Hat Bram sogar letztens erklärt. Ja, ne grüne, ne blaue und noch irgendeine. Okay, keine Ahnung. Ach du Kacke. Eine gibt ein Schild, eine macht dich schneller und eine macht jemand anderes. Guck mal, ich hab Bumerer gefunden. Ich meine doch, es wird was geworfen. Der hat den Bumerer geschmissen. Du hast ja auch ne Shotgun. Ja und, aber du bist böse ich nicht. Wie komm ich hier raus? Du bist böse ich nicht. Oh Dardosch. Oh Dardosch. Sepp! Einer ist auf jeden Fall erschossen worden. Ja richtig. Dardosch, geschoffen. Ja dann ist ja Sepp tot, oder? Ah. Ja, anscheinend. Dardosch, kannst du den dann konfirmen? So wird ein Traitor draus. Ich hab ihn nicht getötet. Ohne Witz. Aha. Hm Dardosch. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Ah, da ist schon wieder einer tot. Da ist schon wieder einer umgefallen. Ich hab ihn wieder nicht getötet. Dardosch hat ja schon zwei Leute abgewandert. Hier! Siehst du? Ey Dallu! War das denn das? Dallu auch böse? Na, wir schon. Fuck eh... Manebula ist voll scheiße! Wo ist der denn? Ja, wo da du isst. Peter. Böse Peter. Nein. Wer ist denn dein Kollege? Ich weiß nicht, ob noch innocente leben, wenn ich ehrlich bin. Die kommen gleich Peter und killen uns. Ich weiß nicht! Ich bin ein guter! Mann! Machen wir denn jetzt? Wir brauchen noch mal ein paar Sekunden danach. Hier auf unser Tod warten? Ja, kommt eh gleich das Superschaf. Seid ihr links und rechts vom Balkon, oder was? Nee, nee. Warte, ich hab in 10 Sekunden wieder wallhaken, dann weiß ich Bescheid. Ist es doch Dalu nichts? Ja, was weiß ich? Scheiße ist der. Da kommt er geflogen! Dalu ist da! Da ist er! Da unten! Oh Gott! LOL! Oh shit! LOL! Was? Hab ich mich vermischt? Nein! Ach du warst das vor keinem Tag! Oh das war nice! Hast du gerade Pena weggeballert? Nee, dadurch hab ich mit dem Bumerang gekillt. Damit hab ich nicht gerechnet, dann kommt auf einmal ein Bumerang von unten hochgeflogen, alter. Ja, da gab einige. Ich hab auch einen gefunden, dann hat er ja noch einen. Den hab ich auch nicht geworfen, aber ich hab voll daneben geschissen. Ach krass. Das hab ich überhaupt nicht bekommen. Ja, zum Glück. Da wollte ich mit dem Dardor spielen, dann drückt er mir einfach die Sau. So wie jeder andere das bei mir auch gemacht hätte. Stimmt nicht. Ja, ein bisschen hart. Oh, warte mal, wir können hier. Fuck. Oh shit! Das ist der Handy, du bist doch... Der Regenenschwart und dann tot, oder was? Erst mal benutzen, ich dachte so, oh cool, was ist das? Goi. Alter, wieso schließt du in meine Richtung? Ich hab versucht, meinen Blink einzusetzen, weil da noch in Nude stand. Ja, das hatte ich auch. Du musst doch ein bisschen auf die Abklingzeit aufpassen, das hatte ich auf der letzten Map auch noch. Darfst du das noch einmal einsetzen? Du wollt ihr alle da oben, das ist gefährlich da oben. Du meinst den Charge? Ne, den kannst du damals benutzen. Alle anderen! Aber wenn du wieder X drückst, um den wegzumachen, dann musst du, glaub ich, bis zur Coulomb. Ah, dann machst du den weg, okay. Okay, dann musst du das Item auswählen. Hast du schon Damage gekriegt? Gerade in der Sekunde hab ich ein Damage gekriegt, witzigerweise. Peter ist doch noch alles gut. Weil hier einfach Blut liegt und ich wollte wissen, wem's gehört. Aber das würfst du dann nicht meins sein, eigentlich. Kannst du ja mal dran lecken, Bram. Also Blut fallen mir ein paar Sachen zu ein. Wenn ich vom Dach falle, Dalu, und dann Zwift aktivieren. Ich weiß nicht, ob es in der Luft geht. Ich glaub, ich weiß nicht, ob du's in der Luft machen kannst. Versuch's doch erst auf ne kleinere Distanz. Wieso musst du den Zwift aktivieren? Ich denk, der ist massiv, hast du doch gesagt. Er ist flott. Er ist so flott. Da ist er. Oh Gott. Oh, es geht. Okay. Weil manche Klassen gehen in der Luft nicht. Der Hunter zum Beispiel kann nicht in der Luft neu springen. Okay. Dann geh ich einfach weg. Wer klettert hier? Boah, das wär echt schlecht gewesen. Geht da nicht so. Boah, Peter! So krass ist der Peter, ey. Aber Jay ist explodiert, oder? Jay ist explodiert. Peter ist tot. Peter und Jay? Nee. Aber wo ist Peter? Der war Trailer natürlich. Also Peter ist der... Ne, Moment. Doch. Guck mal, ist Peter der andere? Der ist wahrscheinlich Jester. Nee, Jester wird... Aua, der ist bei mir im Feuerzimmer! Autsch. Der hat dir aber richtig einen eingeschenkt, ey. Von wo? Ach, da! Ist das hier nicht das Feuerzimmer? Nee, der ist untergerissen. Dalu? Hallo? What the fuck are you doing? Peter und... Peter und Dalu, beide um! Alter, Peter, du bist hier zu schnell! What the fuck? Oh fuck, da ist mal dran! Sorry, da. Wieso hab ich Jay immer noch als Target? Geht mir hart auf dem Sack, wieso krieg ich kein neues? Bist du Predator? Nee, ich bin Sidekick. Dann lebt er wieder. Oder nicht? Nee, die Leiche liegt hier noch. Okay, okay, interessant. Dankeschön. Ja, nee, er liegt da noch. Äh, Bram müsste noch leben, oder? Schon wieder. Warst du Tee vorher? Oh Gott, ich bin... Oh... Wenn du explodierst. Dann hab ich damit nicht gerechnet. Ja, belastend. 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 Holy moly, Dalu Kader, Alter. Was denn? Wurde ich da steh? Äh, wusste nicht. Oh, nice! Pamst ins Gesicht. Alter, wie viele... Alle waren so böse. Nicht so nette Tuten gab's denn hier, ey. Keine Team-Kills, ey. Das wundert mich. Das hat doch irgendwie nicht den Falschen weggeschossen. Nee, ich hab... Nee, ich hab nicht... Wollte ihn nicht wegmachen, aber er kam so angewandt. Fehler war zu schnell für alle anderen. Das war echt belastend. Das ist schon direkt vor dem Nulloops mal rein. Ja, das war wieder Folge von TNT. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.